Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guard präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Großes Leuchten und für dieses müssen wir Fünf-Spieler-Charakter der gegnerischen Fraktion bezwingen, während wir unter dem Einfluss von unbeständiges Azerid-Leuchtfeuer stehen. Und dafür müssen wir diese kleine Orb hier aufsammeln, die ihr gerade am Boden seht. Ja und sobald ihr die aufgesammelt habt, dann bekommt ihr einen Buff und zwar das Azerid-Leuchtfeuer. Das verstärkt uns ein bisschen, da kriegen wir prozentual einen Effekt, dass wir Damage machen, dass wir mehr Gesundheit haben, dass wir mehr Heilung verursachen und natürlich, wenn wir unter diesem Effekt stehen und gegnerische Spieler töten, rechnet das das Ganze für das Achievement an. Fünf müsst ihr unboxen und dann habt ihr das Achievement. Hört sich leicht an, ist es im Endeffekt nicht so ganz, weil ihr müsst erstmal die Orb kriegen. Wo kriegt ihr sie her? Bei diesen Übergriffen, die es jetzt in BFA mit 8.1 gibt, könnt ihr quasi diese Orb finden und zwar immer an der Worldquest, wo ihr gegnerische, ja, nicht Spieler töten müsst, sondern NPCs, also immer so Wachen. Ich muss jetzt hier zwölf Allianz-Wachen mit dem Horde-Char umbringen und die Allianz hat am gleichen Spot auch eine Worldquest dementsprechend, wo sie dann, ja, Horde-Wachen unboxen müsst. Ihr habt gerade gesehen, was man nicht machen sollte, die Worldquest abschließen, weil dann ist auch die Orb weg. Die Orb ist an die jeweilige Worldquest gebunden und, naja, wenn man sie abschließt, ist die Orb weg. Die kann immer nur einen Spieler tragen, die liegt hier auf dem Boden, man sammelt sie auf und während sie einer hat, kann sie kein anderer kriegen. Heißt, wenn ihr diese Achieve machen wollt, haut die von der anderen Fraktion um, die die Orb haben und wenn die von eurer Fraktion einer hat, ja, blöd gelaufen, müsst ihr warten, bis der fertig hier ist oder er umgeboxt wird und dann könnt ihr quasi wieder einen Spot gehen und die Orb einmal looten. Ich hatte die Orb jetzt in verschiedenen Zonen gesehen bei diesen Übergriffen und vermute, dass es, ja, da es auch so eine Killquest bei jedem Übergriff einmal gibt, auch in jeder bei jedem Übergriff einmal so eine Orb mit dabei ist. Nasmir hatte ich sie selber gefunden, da kann ich euch die Koordinaten sagen, auf den Koordinaten 61, 67, da in dem langen Pi hatte ich sie gefunden. Ich bin jetzt hier auf meinen 2. Account geswitcht, auf meinem Ali-Char. Jetzt weiß ich, okay, ich darf die Worldquest nicht abschließen und quasi nur die Spieler am besten hauen. Ihr könnt, weil, wie ihr seht, man triggert zwangsläufig irgendwelche Mobs nebenbei, es so spielen, dass ihr quasi euch einen Raid aufmacht und dann kriegt ihr quasi hier den Fortschritt nicht angerechnet, wenn ihr im Raid seid für diese Worldquest und dann geht ihr auf Nummer sicher oder ihr guckt halt einfach, dass ihr möglichst keine NPCs hier umboxt, nicht, dass ihr euch dann, ja, das Achievement verkackt. Ja, das war's mit dem Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr euch positiv bewertet und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tjana, bis zum nächsten Mal. Ciao.